Einfach mal umsteigen. Doch so einfach ist das meistens gar nicht, also zumindest meine Erfahrung. Ich selbst würde mich ja durchaus als technikaffin beschreiben und ich würde auch von mir behaupten, dass ich gerne und viel probiere und Technologien in meine Funktionen oder auch Apps in meinem Alltag direkt adaptiere. Auch beruflich oder privat ist dabei eigentlich egal. Also ich versuche da echt immer auch Neues, wenn es sinnvoll aussieht, ich probiere es gerne mal aus und wenn es funktioniert, super, dann implementiere ich es. Wenn es für mich nicht funktioniert, dann lasse ich gerne weg. Wer mich kennt, weiß, dass ich das seit zwei Jahren mit Twitter versuche. Relativ vergibends bisher. Ich habe jetzt mal zweimal gepostet, das ist ganz gut. Naja, aber auf jeden Fall habe ich mir Mitte letzten Jahres den Prozess der Aufgabenverwaltung mal angeschaut und dachte mir, naja, so ein bisschen Aufgaben, Wunderlist benutzt du ja schon. Okay, To-Do ist da, dann gucken wir doch mal, dass wir jetzt wirklich mal konsequent auf To-Do umstellen und das auch für die beruflichen Sachen hernehmen und uns nicht mehr über die gute alte E-Mail orientieren. Und ja, sagen wir mal, wer die To-Do-Version vom Anfang kennt, der weiß, das war eher puristisch gewesen, ist es nach wie vor noch. Und ich dachte mir, okay, gute Verbesserung, setzen wir direkt mal um im Arbeitsalltag, aus der Praxis für die Praxis. Los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Ergebnis oder meinem Erfahrungsbericht von meiner persönlichen Umstellung von der E-Mail-Organisation, also die Aufgaben wirklich per E-Mail zu organisieren, hin zu To-Do. Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit einem kleinen Rückblick an, ein paar Background-Informationen so außenrum. Also, zugegeben, wer die To-Do-App direkt am Launch-Tag, Launch-Day installiert hat und von Wunderlist kam, der wunderte sich dann doch etwas, was denn da so von dem Kauf von Wunderlist eigentlich so übrig geblieben ist, nämlich nicht so richtig viel. Also Listen teilen, ging nicht. Hintergründe ändern, ging nicht. Und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, Checklisten, weiß ich gar nicht mal, ob das bei Wunderlist mit drin war. Aber, naja, wie dem auch sei, es gab einige Sachen, die nicht funktionierten. Auch so die Integration war jetzt noch nicht so bombastisch. Also To-Do stand da so relativ alleine rum in dem App-Dschungel und freute sich, dass es da sein durfte. Schrie nach Aufmerksamkeit, hat es ja zum Glück auch geschafft und hat diese Aufmerksamkeit auch bekommen. Und ja, wir erfreuen uns mittlerweile bester Bekanntschaft und wir sind mittlerweile sehr, sehr gute Freunde geworden, To-Do und ich. Und, naja, der erste To-Do-Versuch oder unser erster Beziehungsversuch sozusagen, To-Do in mein Leben zu integrieren oder Leben zu kommen zu lassen, ist nach zwei Wochen gescheitert. Muss man auch ehrlich mal sagen. Das waren einfach zu viele Dinge, die mir keinen Mehrwert gebracht haben. Ich konnte meine Aufgaben nicht aus anderen Tools mit reinziehen. Ich hatte nur ein Profil möglich. Ich konnte nicht mein privates und meinen geschäftlichen Account mit einheften. Ja, und dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen an meiner persönlichen Konsequenz mitgescheitert, weil die E-Mail ging eben doch einfacher und intuitiver. War ja auch zehn Jahre angelernt. Also, na gut, den will ja auch ein bisschen Weile haben. Wie dem auch sei, To-Do hat ja mehr und mehr Aufgaben bekommen. Also Versuch zwei hat an die Tür geklopft. Wir haben die gute alte Möglichkeit gekriegt, die Liste zu teilen. Wir haben gekriegt den Anhang von Dokumenten und Bildern. Wir können die App auf dem Smartphone, dem Desktop-Gerät und dem Web jetzt nutzen. Und sie sieht immer und immer mehr gleich aus. Wir haben überall die Emojis in den Titeln mit drin. Wir haben Hintergründe, die wir einstellen können. Wir haben viele, viele Funktionen gekriegt. Die Checklisten. Wir können gruppieren und so weiter. Das alles ist gekommen und ich dachte mir, okay. Oder war angekündigt, Zeit für den zweiten Versuch. Dazu gibt es übrigens, also zu dem zweiten Versuch nicht, aber zu der Reise, die To-Do eigentlich hinter sich hat, gibt es ein ganz cooles Video von Microsoft. Wir verlinken euch das in den Shownotes auf unserer Homepage auf www.nuboworkers.com. In der Rubrik Podcast und dann in der entsprechenden Episode. Das Video heißt The Journey from Wunderlist to Microsoft To-Do. Ist zu finden auf YouTube. Falls jemand das direkt suchen oder direkt nachschlagen will, findet er es auch natürlich in der App oder im Browser ganz normal über die Suche. Ja, aus welcher Welt ich kam vor To-Do, habe ich ja jetzt schon gesagt gehabt. Also ich habe mich persönlich eigentlich ausschließlich über E-Mails organisiert in meinem beruflichen Alltag. In meinen privaten Einkaufslisten und so weiter habe ich vorher schon fleißig in Wunderlist genutzt und auch geteilt. Und natürlich auch noch im beruflichen Kontext sehr, sehr gerne. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich das immer noch gerne mal mache. Zumindest als Übergangsbrücke Post-its schreiben. Da werde ich auch wahrscheinlich nicht von loskommen, weil ich finde einfach, dass das was hat, wenn man telefoniert, so nebenbei mitzukritzeln und sich da noch eine Notiz dazu zu schmieren. Vielleicht ein kleines Bildchen dazu zu skribbeln oder sonst irgendwas oder einen Kreis zu malen oder ein Viereck oder wie auch immer. Was auch immer das jetzt über meine Psyche aussagen müsste. Ich finde es sehr entspannend, das zu tun. Ja, die Ausgangssituation hat es relativ einfach gemacht. Wir hatten nämlich viel Luft nach oben. Und jeder Trainer und Berater wird sich sehr, sehr darüber freuen. Also ich bin ja durchaus in der Beziehung Patient mit Erfolgsaussichten gewesen. Und habe mich dann in meinen selbst gemachten, selbst geschaffenen Chaosprozess geworfen und habe mir gedacht, okay, jetzt müssen wir das mal ein bisschen strukturierter angehen. Für was benutze ich dann eigentlich mein To-Do? Welche Listen machen für den Beginn Sinn? Wie definiere ich für mich Fälligkeiten? Wann kommt was bei mir auf wichtig? Also wird mit einem Stern gekennzeichnet? Was gruppiere ich eventuell in meinen To-Dos? Habe ich eine To-Do-Liste oder zwei, die ich freigeben möchte? Und so weiter. Also da habe ich mir dann auch erstmal so ein bisschen für mich selbst überlegt, für was möchte ich das in meinem Alltag integrieren und für was möchte ich es nicht integrieren? Soweit, so gut. Listen fertiggestellt. Und ich habe alle Zettelchen, E-Mails, Notizen, die ich hatte, kreuz und quer genommen und habe sie in meine Listen verteilt. Habe sie reingeschrieben und sah interessant aus auf meinem Schreibtisch. Also hätte ich gewusst, dass ich den Artikel schreibe und auch die Episode mal aufnehme, habe ich damals irgendwie nicht dran gedacht. Hätte ich wirklich mal auch zwei, drei Bilder davon gemacht, von dem Chaos. Hat sich sehr, sehr gelichtet. Tja, dann kam der Alltag. Also Umstellung, super. Kennt ihr ja vielleicht auch von den Migrationen oder sowas. Wir sind jetzt alle umgestellt, alles migriert. Geile Sache. Jetzt geht es ums Leben. Anderes Thema. Und naja, aus der Praxis für die Praxis haben wir mal unsere eigene Kost ausprobiert, sozusagen. Es ist nicht so einfach. Also es ist halt einfach nicht mit einer Umstellung getan. Es erfordert Kommunikation. Es erfordert für einen persönlich echt Disziplin. Man muss sich immer wieder selbst auch den Mehrwert aufzeigen. Also was bringt es mir gerade und was passiert, wenn ich es nicht tue? Also ich bin auch wieder an das alte Muster stellenweise zurückgefallen, habe mir E-Mails geschickt mit dem Ergebnis, dass ich auf einmal nicht mehr wusste, welche Aufgabe ist eigentlich gerade aktuell. Und ich habe mir dann auch Sachen doppelt notiert. Das war dann halt richtig blöd. Und ja, also auch wir sind vor diesen Rückfällen sozusagen nicht befreit. Und das kommt einfach vor. Und ja, diese auf Jahre angewöhnte Gewohnheit. Ich schreibe mir mal eben schnell eine E-Mail als Aufgabe vom Handy aus. Und die ist dann in meinem Postfach. Und dann habe ich die da drin. Und das ist zentral und fertig. Ja, ist alles gut, aber ist halt eine Gewohnheit. Und die dreht man halt jetzt nicht so von heute auf morgen um. Und man sagt ja auch nicht umsonst im Change Management, die Veränderung einer Gewohnheit dauert zwischen 18 und 254 Tagen. Eigentlich hat es nicht so lange gedauert. Das wäre jetzt ein bisschen suboptimal gewesen. Und das war jetzt, wie gesagt, das war nicht ganz so extrem gewesen. Und jetzt so, ich würde mal sagen, ich bin jetzt seit rund sechs Monaten in etwa plus minus nur noch mit To-Do unterwegs für meine persönliche Organisation. Und dabei haben ja natürlich auch die Funktionen, die nicht nur angekündigt waren von Microsoft, sondern die auch wirklich gekommen sind im Q3 und Q4 2019 echt geholfen. Also das fing an bei Look & Feel, dass die App nochmal ein bisschen gestrafft wird. Die sieht frischer aus. Die macht einfach Spaß, die zu benutzen. Mein liebster Ton ist das Ping beim Abhaken von einem To-Do. Das ist für mich die größte Belohnung an diesem To-Do überhaupt. Und die führt einfach auch so ein bisschen zu einem Spaß bei der Nutzung. Ich kann ein Hintergrundbild mittlerweile vergeben. Ich kann die Farbe ändern. Ich kann eine Identifikation über die Emojis vor der Liste schaffen. Ich habe einfach verschiedene Möglichkeiten, mich selbst auch ein bisschen zu disziplinieren, mir ein bisschen Spaß an der App zu geben. Ich kann die meinen Tag-Funktionen, die kennt ihr ja schon. Aber die ist seit einem vergangenen Update im Q4 auch noch intelligent geworden. Das heißt, Aufgaben, die ich nicht erledigt habe an einem Tag, werden mir direkt, wenn ich eine neue Aufgabe in meinen Tag anlegen will, in einem Vorschlag angezeigt. Das heißt, die Bereinigung findet zwar weiterhin automatisch statt, aber ich habe direkt den Vorschlag wieder, dass ich den letzten Tag im neuen Tag wieder aufgreifen kann und kann nicht erledigte Sachen direkt wieder drauf packen. Vielleicht muss man da auch ein bisschen lernen. Also wer sich in meinen Tagliste, das sind jetzt wirklich Mikroaufgaben, 10 oder 20 Aufgaben reinknüppelt. Und das wird nicht funktionieren, kann ich euch jetzt schon sagen. Habe es probiert. Die Erfahrung zeigt so zwischen drei und vier Aufgaben. Es sind realistisch. Die schafft man eigentlich immer und immer recht zuverlässig und auch gut. Alles drüber, mein persönliches Learning von den Aufgaben, die ich mir so einstelle, klappt nicht. Auch das Thema To-Do-Listen unterwegs, also wirklich neu ist es ja noch nicht, dass man es auf einer App mitnehmen kann. Ich meine, das ging von Anfang an. Aber unter Android als auch unter Windows, also auf dem Notebook, auf dem Surface oder auf eurem Android-Telefon, könnt ihr zwei Accounts koppeln. Das habe ich zum Beispiel sehr, sehr gerne benutzt. Leider kann das mein iPhone nicht. Das ist ein echter Nachteil, weil ich habe einen privaten Account und ich habe einen Firmenaccount. Ich habe jetzt auf dem iPhone immer nur den Firmenaccount gekoppelt. Auf dem Rechner sind beide gekoppelt. Und man kann einfach die Listen wechseln. Das ist relativ angenehm und auch sehr, sehr komfortabel und erleichtert auch die Bedienung. Ich hoffe, dass die Funktion noch an Apple kommt. Ich habe jetzt nicht in die Roadmap geguckt, ob da was verzeichnet ist. Aber ich bin guter Dinge, dass da was kommt und wir da auch noch mehr Werte genießen werden, die andere Nutzer schon genießen. Es gibt eine neue Funktion oder neue intelligente Listen. Nach der Einführung des Listenteilens kamen die mit dazu. Die heißt mir zugewiesen. Und das ist die zentrale Anlaufstelle, wenn ihr eine Liste mit einem Kollegen geteilt habt, mit eurem Partner geteilt habt, zum Einkaufen oder was auch immer. Und ihr könnt hier die Aufgabe zuweisen und derjenige sieht die dann auch in seiner App unter mir zugewiesene Aufgaben und kann die von da aus abhaken, ohne dass er sich groß durch die Listen suchen muss. Wo ist mir jetzt was zugewiesen und wo nicht? Und das Geilste daran, wenn ihr ein Amazon Echo benutzt oder Cortana selbst, kann die mittlerweile auch über Spracheingabe To-Do aufgreifen und reinschreiben. Zum Thema Sicherheit hat sich auch etwas getan. Und zwar unterstützt die To-Do-App seit vergangenem Jahr auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ist damit auch bestens vor unberechtigten Fingern und Zugriffen geschützt. Und ihr könnt euch ganz getrost und sicher euren Aufgaben widmen. War jetzt für mich nicht so das entscheidende Kriterium. Für mich war jetzt wirklich eher mir zugewiesen. Fand ich richtig gut. Das war super mein Tag. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Fälligkeitsdaten, weil ich diese meinen Tag-Funktionen nicht für mich so hingekriegt habe zu adaptieren. Ich nutze es schon mal. Aber ich persönlich bin eher der Fälligkeitstagesmensch und arbeite mit Fälligkeiten und Erinnerungen. Da habe ich mir auch eine Definition gesetzt. Ich lasse mich einen Tag vor Fälligkeit erinnern. Und das müsst ihr für euch persönlich rausfinden. Also vielleicht ist auch bei mancher Aufgabe ein Tag davor zu knapp. Aber dann bin ich auch der Meinung, dass die Aufgabe keine Priorität genossen hat, weil ich arbeite dann zum Beispiel auch mit wichtig. Meine persönliche Definition. Lasst uns doch gerne mal teilhaben an die Info at nuboradio.com, auf Instagram, auf Facebook oder sonst irgendeinem Kanal von uns, Xing, LinkedIn. Wie ihr mit dem Thema To-Do-Fälligkeiten, To-Do, was ist wichtig für mich, umgeht. Und was ihr da für euch persönlich für Learning rausgezogen habt. Und wie ihr das aufbaut, damit ihr perfekt mit den Aufgaben umgehen könnt und arbeiten könnt. Ja, meine Lessons learned. Oder was habe ich daraus gelernt? Also auf jeden Fall schon mal eins, geduldig sein. Also auch mit mir selbst und nicht nur mit den anderen Menschen in meinem Umfeld. Bei den Kunden, bei Nubu Workers. Sondern es ist wirklich, manche Prozesse benötigen einfach erheblichen Zeitaufwand. Und bis sie sich persönlich auch im Gehirn gefestigt haben und umgestellt sind. Klar, man lernt es immer in den Büchern. Und man nimmt das auch wahr bei anderen. Man selbst geht jetzt da bei so einfachen Sachen oder auf den ersten Blick einfachen oder trivialen Sachen wie eine Aufgabenliste. Nicht davon aus, dass sie wirklich den Zeitaufwand benötigt. Aber ich persönlich würde sagen, ich habe in etwa zwei bis vier, vielleicht sogar fünf Monate gebraucht, bis ich mich wirklich zu 98 Prozent der Zeit, und es passiert mir jetzt immer noch, dass ich kurz ins E-Mail-Postfach abdrifte, bis ich mich wirklich umgestellt hatte. Und was nochmal das Ganze wirklich vereinfacht hat, oder auch, ja doch, vereinfacht hat, kann man schon sagen, war, dass wir bei Nubu Workers uns komplett auf Planner umgestellt haben. Also wir schreiben uns intern fast keine E-Mails mehr, ganz, ganz, ganz wenig. Wir nutzen den Planner mit Zuweisung, mit Status und auch durch die Buckets. Also wir organisieren natürlich nicht nur die Team-Aufgaben, sondern auch unsere Nubu Radio-Folgen, also unser Podcast-Panel sozusagen, oder unser Podcast-Kanban. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Vor allem, man hat dann auch wieder über To-Do direkt seine Aufgaben in der Übersicht. Das ist einfach der Mehrwert für mich schlechthin. Und wenn euch das Thema Aufgabenmanagement interessiert, da kommt noch was in Teams. Darauf sind wir in einer vergangenen Folge, jetzt im Januar, schon darauf eingegangen. Rund um das Thema, könnt ihr mal gucken, in der vorletzten Folge müsste das gewesen sein, wenn die Folge ausgestrahlt wird, zu Microsoft Teams, was da angekündigt ist, im Thema Navigationsbereich, Integration von Planner, von meinen persönlichen Aufgaben, also auch von To-Do. Wir freuen uns auf euer Feedback und von euch zu hören. Und lasst uns doch mal wissen, in welche alten Muster ihr abgedriftet seid. Vielleicht nochmal kurz und wie ihr das gelöst habt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Viel Spaß beim Klicken.